willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge der clash of clans mit mir dem torsen ich bin heute auf meinem rathaus zwölfdorf wo ich mich unheimlich schwer tue denn ihr habt im titel gelesen rathaus zwölf dauert richtig richtig lange oder hab's da gedeutet und es dauert wirklich 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 lange ich habe ja die unterschiede schon vor kurzem ausgemacht also damals mein rathaus mein anderer rathaus zwölfer kommt also der torsen dann rathaus 13 oder von elf zu zwölf der sprung ging eigentlich noch aber ich glaube rathaus elf auf zwölf bzw 12 auf 13 ist schon nackig vor allen dingen die helden hier denn zu anfang von rathaus zwölf gegen die helden ja nur auf 65 glaube ich mittlerweile gehen sie ja warte mal auch von elf auf zwölf ane da ging da ging die nur 60 dann auf 65 hoch und jetzt musst du halt bei rathaus elf auf rathaus zwölf beziehungsweise von oder bei rathaus zwölf 15 level die helden machen das schon knackig also bei rathaus elf fünfziger king fünfziger queen und ein zwanziger worden das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen geändert 65er queen 65er king und 30er worden und das schon ich finde das schon relativ sport ich weiß nicht wie ihr das findet aber ich finde es schon schon heavy das ist so ähnlich wie rathaus 9 und ich habe aber den pot richtig schön voll und wir können uns heute queen voll geben das heißt nicht folgen sondern wir wir können sie ganz ganz regulär machen mit den helden büchern und aus der folge von gestern beziehungsweise ich bleibe einfach mal sitzen manchmal muss ich halt ein bisschen vor produzieren wegen meiner doch eher bedingten zeit ist es so dass ich jetzt die queen eigentlich mit dem heldenbuch hoch machen kann denn ich habe nur eins und ich habe auch noch ein hammer ich habe auch noch ein hammer das seht ihr dort ich kann man auch den nächsten aber noch holen cool angeholt jungs sehr sehr coole die 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 schaufel des todes hier okay für 1 euro 9 könnt ihr euch eine schippe gönnen ganz witzig beim 13er hatte ich hier heute auch noch beim händler immer zugreifen leute schippe ist immer gut nein ist natürlich sind nicht so die tollsten angebote zur zeit auch viereinhalb viereinhalb tausend elex das ist auch nicht gerade für 349 ich gucke mal wenn man sich das jetzt hier voll machen würde kann man ganz schlecht sehen oder viereinhalb haben wir jetzt nicht 707 kosten hier 1,4 1400 gems dann 2,8 2,8 1400 gems sind da 1210 990 was war das angebot hier 349 ok ok nee das ist ja viel weniger das ist ja viel mehr hier okay dass das kostet in jedem fall mehr ich weiß nicht ob die angebote denn vielleicht doch ganz gut sind aber ich weiß nicht dass elex kann man sich reinfahren und auch hier das gold kann man sich glaube ich auch ein fahren das ist gar nicht mal so übel hier ein heldenbuch 100.000 dunkles und noch mal eine hero potion dabei das finde ich gar nicht mal so schlecht aber nichtsdestotrotz ich habe keine jetzt kommt die ausrede ich habe keine itunes karte denn dann muss ich am anderen device das ganze kaufen ich muss mal sehen wie ich hier überhaupt irgendwelche anderen zahlungsmittel hinterlege als mit itunes kann man das mit itunes noch anders machen beziehungsweise hier bei apple so paypal kreditkarte was auch immer oder geht echt nur itunes gut haben könnte mir mal unten reinschreiben denn eine itunes karte habe ich noch nie gekauft aber wir wollen jetzt erstmal die queenie hochballern auf den nächsten level also die 192.000 dank des passes ist es nicht nicht ganz so teuer und ich habe auch noch vor allen dingen wieder eine dunkle rune das heißt wir können unseren king ein bisschen machen ich habe eine elex rune wir könnten dann auch mit den nächsten büchern den worden machen da weiß ich auch noch nicht was man ihr worden oder king aber erstmal machen wir hier die die queen hoch auf 64 und dann machen wir das upgrade auch auf 65 dafür hatte ich mir den hammer auch geholt denn den nächsten hammer habe ich dann frei in keinem tag holen wir uns holen wir uns in jedem fall für den nächsten helden wollen wir schauen dafür sind die hammer da und dann habe ich hier schon wieder einen dabei 48.000 schon wieder im pot aber immerhin haben wir jetzt schon mal die queen auf 65 also auf dem max level worden geht jetzt noch sechs level hoch und der king 15 level alter falter 15 level meine herren und da wo ich noch so wenig mit dem ratos 12 hier mache sind 15 level echt mal heavy und auch hier aber noch dass das kleinere problem dass wir hier das helden buch aus dem event noch immer noch nicht haben ich habe jetzt eben zwar schon angefangen so ein bisschen um zu droppen aber das reicht letztendlich immer noch nicht ich meine dass das rum droppen ist einfach mal hier so ein helden weg snacken wie die championatin hier aufgeben und dann habe ich hier halt ein mehr auf dem ticker die pokale sind mir dann meistens egal in der zeit aber auf fünf minuten weg fünf minuten nee naja in der hoffnung dass ich jetzt wieder völlig oder gewinne keine ahnung aber ich kann mir auch nicht jeden looter entgehen lassen also unsere drei helden hier sind am start 50 65 24 und ich habe allerdings ein erdbeben zauber ich weiß jetzt gar nicht wo ich den nehmen kann denn die mitte hier sowieso frei die mitte ist sowieso frei dann kann ich mir vorstellen dass wir uns einfach dieses ding hier am adler ein bisschen frei ballern ihr seht was ich für eine armee am start habe das ist eine armee ja ich nehme mal meine karre die habe ich im ck benutzt es geht so es geht so ich habe einen sprung zauber wir haben nichts obwohl ich nehme ruhig die karre mit was haben wir da drin ja ein pecker und noch ein eisi ok 1 2 3 4 5 den ersten habe ich gar nicht wieder raus bekommen und dann geht das hier jetzt rein in die richtung richtung rathaus hoffe ich hoffe ich jetzt mal so den king mit dazu mal sehen ziel ist die drei helden so der worden steht auf jeden fall nach unten ziel sind die drei helden hier dass wir die irgendwie packen und hier und unter hinten rüber springen gucken ob das hier auch mit rathaus 12 auch ganz gut gelingt ja das sieht noch ganz gut aus single entfernen jetzt allerdings ich habe jetzt auch kein fries dabei oder was auch immer den worten den habe ich ziemlich früh gezündet ok den habe ich früh gezündet aber hier nehmen wir noch mal den sprung zauber bzw den hatten wir schon gesetzt aber da ist jetzt auch nur ein eisgubli drin und ein pecker aber wir kriegen glaube ich noch das dunkle kriegen wir da noch jawohl und hier außen laufen ja auch noch so ein paar jettis rum aber eine mauer und jettis das sind auch zwei welten die aufeinander treffen muss man muss man fairerweise so sagen und vielleicht gehen die hier noch irgendwo durch oder die mails gehen noch auf irgendwas drauf her die mails machen so ok die mails machen das dann noch aber zwei sterne werden das natürlich nicht mehr da kann ich mal glück haben dass ich mir gerade so eingeholt habe aber knapp noch mal etwas über 5000 dunkles ist natürlich nicht schlecht ich habe jetzt eben auch meine klaren book mal leer gemacht um hier ein wenig mehr zu bekommen jetzt habe ich aber wie viele helden haben wir denn hier gepackt 11 habt ihr gestern gesehen beziehungsweise in der folge vorher das ist das ist auch ultraschleppend aber wie gesagt rathaus 12 dauert hier unheimlich lange und auch hier bin ich noch nicht ganz im pass fertig mit 25 55 ok aber ich kann mir natürlich jetzt ein paar runen ballern aber ich würde jetzt auch hier ganz gerne das heldenbuch erstmal haben für den zwölfer hier der dauert und dauert und dauert und dort haben wir hier eben eigentlich gewonnen oder verloren aber wir haben verloren okay ich habe die noch mal weil ich eben erst im bus angeschmissen habe also kurz mal weggucken ist nachdorf kurz mal weggucken schafft man das eigentlich gegen gegen das teil hier rein zu kommen oder geht man von der anderen seite rein aber der hat ja nur er hat ja nur so low luft abwehren da okay er hat nur so low luft abwehren so dann kommen wir hier mal rein und nehmen mal die restlichen minions jetzt hier mit rein und einmal unsere ballons ich weiß nicht spielt ihr noch nachdorf ja ein bisschen kann man das ja immer ganz 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 gut nebenher machen wenn ihr auch ich genauso quält wie ich hier ich muss immer gegen starke bilder holten 9 ran die hier auch schon immer den den lava launcher haben und auch alles andere viel zu stark für mich aber es geht hier die kanone macht jetzt nicht mehr so viel schaden also hier noch mal schnell gezündet der lava launcher ist jetzt auch geschichte aber der tun uns auch nicht mehr weh für unsere skelette meine kampfmaschine weiß nicht wohin du erst mal eine bombe da rein okay du erst mal zu der bombe da rein egal und oh nee komm mach die mauer nein jetzt rennt die wieder einmal die rent auch von höchsen nach stöchsen aber das werden drei sterne hier das werde drei sterne da freue ich mich mal und habe es dem lauch rathaus oder bilder holt 9 hier mal wieder mächtig gezeigt meine kampfmaschine ist gleich sogar wieder voll weil ich sie noch mal zünden kann alle 14 sekunden können die zünden und wenn die abgelaufen sind solltet ihr das auch machen egal wo sie gerade ist manchmal warte ich ja ganz gerne bis zum ende aber dem lauch haben was hier gezeigt 100 prozent jawohl im nachtdorf und naja ok er brauchte dafür max drucken ich nicht das ist jetzt meine ausrede ja das ist auch mal scheiß das wisst ihr selber holst du schon mal gut was holt der gegner auch gut was mal egal das heißt das sei es mal zum nachtdorf aber wenn ihr der meinung seid dass das rathaus 12 echt lange dauert schreibt ruhig unten rein in die kommentare ich glaube es ist wirklich sehr schleppend und wenn ihr mehr von rathaus 12 sehen wollt dann tippelt das auch ruhig rein ja tut du geh mal öfter auf den avatar da mache ich das auch und auch in den live streams oder so der wird ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt wie auch der ganze clan im moment der clan herausforderer wir suchen suchen wir leute ja wir sind nur 37 von 50 wir werden hier auch irgendwie nicht so wirklich voll und required townhall ist ist rathaus level 9 allerdings auch jetzt nicht so super russia oder so die müssen schon so ein bisschen zu uns reinpassen unten haben wir hier mit dem zwei socken ein account von mir home button hat noch einen kleinen account robs hat einen kleinen account max das sind alles neuner hier uschi ist sieben okay uschi ist ein placeholder uschi ist ein placeholder aber auch hier suchen wir immer mehr im moment so ein bisschen was viele machen hier ein auf rot deswegen spielen wir mal wieder auch nur ein 10er ck oder ein 10er ein 10er ck ich hasse 10er ck naja vielleicht sehen wir hier am mittwoch abend was raus beziehungsweise am heutigen abend ihr seht das video am mittwoch ich hoffe das hat euch trotzdem ganz gut gefallen hier das war uns erstmal oder wenigstens die queen hochgeballert haben und wir jetzt auch gelernt haben dass rathaus 12 ganz schön lange dauert hätte ich auch so nicht erwartet aber jetzt mit den büchern ich bekomme jetzt noch ein zwei drei bücher oder sowas kriegen wir sicherlich den wort noch ein zwei level hoch und auch den king noch mal ich denke bis es die bücher gibt in zwölf tagen sind hier ist ein pass da beziehungsweise brauche ich sie erst abholen haben wir das dass das buch aus dem event und haben auch genug dunkles wieder für den king wir haben noch ein hammer dabei also hier geht in jedem fall ein bisschen was ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir am ende das ist jetzt ein daumen nach oben da aber nicht vergessen und heute abend in den livestream kommen auf dem kanal der da unten eingeblendet ist twitch tv punkt beziehungsweise twitch.tv schräger toto clash dann machen wir ein bisschen clash of clans was wir genau machen weiß ich noch nicht kann auch sein dass es mal das ist was ich eigentlich schon länger plane lasst euch also überraschen bis dahin